Wir stehen natürlich an der Seite der Gewerkschaften, wenn sie für höhere Löhne kämpfen, gegen prekäre Jobs, gegen Leiharbeit. Und ich finde, wer ein überzeugter und engagierter Gewerkschafter ist, der kann doch wirklich nicht Parteien wählen, die mit ihren Gesetzen, Lohndrückerei, Leiharbeit, befristeten Jobs den Boden bereitet haben. Wer den Lohndrückern den roten Teppich ausrollt, der sollte keine Stimme bekommen von engagierten Gewerkschaftern. Die Linke hat sich immer für uns eingesetzt von Anfang an. Also beim Streik bei Amazon war die Linke immer vorne mit dabei. Ich unterstütze die Linke, weil sie die einzige Partei ist, die die gewerkschaftlichen Forderungen aufgegriffen hat und auch entsprechend im Bundestag Positionen bezogen hat. Für mich ist absolut entscheidend und alles gehört zusammen. Soziales, Frieden und der Kampf gegen Recht. Beim Kampf um bessere Arbeitsbedingungen ist mir besonders wichtig, dass in der Pflege zukünftig mehr Menschen arbeiten. Das stellt sich so dar, dass wir eigentlich eher eine gesetzliche Personalbemessung fordern beziehungsweise eine Mindestpersonalbesetzung fordern. Und das ist mit den Linken gemeinsam möglich. Und ja, deswegen Winkewielen. Geht!